Grüß euch Leute, freut mich, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Wer vor dem Bitcoin-Having zuschlägt und in Bitcoin investiert, wird die größten Gewinne machen und Millionenbeträge verdienen können, die man sonst im traditionellen Finanzsektor nie erreichen würde. Genau das ist bisher bei jedem Halving passiert. Ein extremer Parabola-Run-Up, Kursexplosionen, die wirklich hier hunderte an Prozenten in wenigen Wochen generiert haben. Und das Halving, das für diese vier Jahreszyklen immer so diesen Schaltjahr-Faktor ausmacht, steht aktuell in 30 Tagen bevor und theoretisch müssen wir danach locker auf sechsstellige Beträge pro Bitcoin kommen und den gesamten Bullrun dann weit über 100.000 Dollar austoppen lassen. Aber in diesen aktuellen Run-Up sieht man natürlich extrem viele neue Faktoren. Einerseits immer noch die Marktschreierei, dass wir eine minus 50% Korrektur sehen, höre ich manche Content-Creatoren seit den 25.000 Dollar bereichen. Das ist nochmal ordentlich crasht und bisher wurde jeder gierige Investor, der tief kaufen wollte, auf der Seitenlinie stehen gelassen und hat eigentlich den gesamten Bullrun, den wir hier 2020 auch gesehen hatten, verpasst und muss Bitcoin jetzt bitterlicherweise auf All-Time-High-Niveaus kaufen. Und bei diesen ganzen Prognosen, bei diesen ganzen Faktoren, wie das Halving, dem BlackRock Spot ETF, generelle Regulierung, Präsidentschaftswahlen und Co., sieht für mich die Orientierung und die Analyse aus, wie dieses Bild, das trifft es meiner Meinung nach ziemlich auf den Punkt. Keiner hat eine Ahnung, keiner hat einen Plan, was sich hier wirklich auf diesem verzerrten Bild im Markt hier ausprägt, was hier wirklich eine Rolle spielt und wohin die Reise gehen könnte. Und dementsprechend möchte ich dir heute einen gesamten Überblick geben, wie diese Faktoren bisher funktioniert haben, welche Faktoren vielleicht nicht mehr funktionieren und was man hier als ganz klares Bild für diesen Bullrun mitnehmen sollte. Dementsprechend schau dir das Video unbedingt bis zum Ende an. Du kannst natürlich die Kapitel in der Zeitleiste hier nutzen, um vielleicht nochmal zurückzuspulen. Und wie immer sage ich ein riesengroßes Dankeschön an fast 14.000 Abonnenten. Gerne kannst du hier natürlich auch noch dazugehören, um mit uns gemeinsam in den Bullrun reinzugehen. Dieser hat nämlich definitiv gestartet, wenn ich mir den letzten Verlauf unserer Abonnentenzuwachse ansehe. Also neue Investoren kommen definitiv in den Markt, werden natürlich auch über Social Media und Co. über Kryptowährungen informiert. Und da freut es mich natürlich, dass wir so enormen Zuwachs gefunden haben. Und vergiss auf jeden Fall nicht, auch bei diesem Video gerne eine Bewertung dazulassen. Immer diese 100%, 99%, Daumen nach oben Bewertung ist natürlich ein optimales Feedback. Und ich bedanke mich natürlich wie immer recht herzlich dafür. So, unser Bitcoin-Preis in den Ultima-Regionen ist jetzt die Ausgangslage, wo sich jeder Investor mit klarfinden muss, okay, Bitcoin wird vermutlich jetzt gerade nicht so günstig zum Kaufen sein. Soll ich Altcoins kaufen? Soll ich direkt in Meme-Coins pumpen? Und ganz klar eine Aussage, man sollte sein Krypto-Portfolio wirklich mit einem dicken Fundament an Bitcoin käufen. Auf jeden Fall standardmäßig aufbauen. So hast du auf jeden Fall einen Coin, wo ich persönlich denke, der wird in fünf Jahren noch gut überleben. Und die Gesamtstatistiken von den meisten Altcoins sind dann wirklich nach einem Bullrun oder spätestens nach zwei Zyklen mal wirklich durch und verlieren Long-Term gegen Bitcoin tatsächlich an Kaufkraft. Dementsprechend sollten wir hier wirklich nur über Bitcoin sprechen in diesem Video. Und bei Bitcoin ist in letzter Zeit so extrem viel passiert, wenn wir einfach mal die Volatilität beobachten. Der gesamte Runner von dieser Bodenfindungsphase heraus ab 25.000 Dollar auf sage und schreibe 73.000 Dollar ist extrem schnell passiert. Nicht mal ein halbes Jahr hat es gedauert und wir stehen schon auf einem Preis, den Bitcoin noch nie vorher getradet hatte, auf einem All-Time-High. Und diese Bullrun-Phasen sind eigentlich auch nie wirklich länger als ein halbes Jahr, vielleicht mal ein ganzes Jahr. Und danach ist es wirklich vorbei und du hast dann ein, zwei Jahre Bärenmarkt. Dementsprechend ist es jetzt wirklich an der Zeit zu realisieren, dass man jetzt noch diesen Aufsprung auf diesen Zug schaffen könnte, denn nachdem Bitcoin sein All-Time-High übertroffen hat, ist es noch einmal ordentlich nach oben gestiegen. Und gerade jetzt, wo extrem viele Faktoren sehr, sehr viel Zweifel, aber auch Ungewissheit im Markt prägen, möchte ich dir meine Hauptfaktoren für den aktuellen Bitcoin Bullrun geben und das einfach im aktuellen Marktumfeld hier auf diesem Preis widerspiegeln. Denn eines kann man nicht leugnen, es ist aktuell sehr, sehr verwirrend. Jede Korrektur macht einem ein bisschen Panik, lässt auf jeden Fall wieder Gedanken kommen, dass der Bullrun vorbei sein könnte. Jetzt kommt eine 50% Korrektur. Und das ist ganz normal in einem Bitcoin Bullrun. Enorme Preisfindungsphasen, enormer Hype, aber auch enorme Angst in Korrekturen, die natürlich hier für unsere Einkäufe unter dem All-Time-High immer noch günstiger scheinen. Denn wenn wir einfach mal auf das Halving zu sprechen kommen, wir werden nach dem 20. April um den Dreh herum unter 1% oder unter 1,5% Inflation auf die Bitcoin-Menge haben. Und da lässt sich ganz einfach sagen, Angebot und Nachfrage, wenn das gleich ist, bewegt sich der Preis nicht. Wenn das Angebot steigt und die Nachfrage sinkt, dann geht auch der Preis in den Keller. Wenn aber das Angebot sinkt und die Nachfrage steigt, dann tritt genau das Gegenteil ein und der Preis steigt. Und wenn ich mir dann die Frage stelle, wird ab dem 20. April, wo die Bitcoin-Inflation auf unter 1,5% sinken wird, die Nachfrage mehr als 1,5% pro Jahr steigen. Und ich glaube, wenn man sich einmal mit dieser Frage auseinandersetzt, kann man auf jeden Fall sagen, das ist fast zu einfach für Bitcoin, nur 1,5% Nachfrage pro Jahr zu generieren. Und müsste somit heißen, dass wir definitiv stärker steigende Kurse sehen. Und viel Verwirrung, viel Angst ist natürlich im Markt wegen den ETFs. Dort sind gerade in der letzten Woche einige Tage mit mehreren 100 Millionen Dollar Outflow, also wirklich Abverkäufen aus diesem ETF-Produkt von Bitcoin, hier im Endeffekt passiert. Auch in den Büchern steht es so drin und es sieht einfach mal nach roten Zahlen aus. Das Ganze ist aber auf den kurzen Timeframe darauf zurückzuführen, und das haben wir extra schon in einem Video besprochen, dass die Digital Currency Group mit ihren Unterfirmen, Tochterfirmenkonstrukt, Genesis im Bärenmarkt nicht überleben lassen konnte. Und diese Firma ist pleite gegangen mit mehreren Milliarden an Kundengeldern, die ebenfalls in der Insolvenzmasse dann eingerechnet wurden und tatsächlich dann viele Kunden zu Schaden gekommen sind. Und nach den ersten 1,6 Milliarden an Schaden- oder Abverkaufsmöglichkeiten, die sie hatten, steht nochmal eben ein bis zu 3 Millionen großer Betrag an, den diese Firmen von ihren Bitcoin-Rücklagen abverkaufen müssen, liquidieren müssen, um hier wirklich ihre Gläubiger auszahlen zu können. Und genau das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum wir in den letzten Tagen der Woche eben diese großen Outflows gesehen haben. Und ich denke, dass dieser Kaufdruck von BlackRock und Co. konstant weiterführen wird, weil Grayscale bereits von 622.000 Bitcoins auf knapp 300.000 Bitcoin-Restbestand abverkaufen konnte. Und jeder Dämpfer im Kurs, jeder Abverkauf im Kurs, jeder Grund oder jede Instanz, die in diesem Markt abverkaufen muss, weil sie eben Schulden hat, weil sie Geld auszahlen muss, das ist ja wirklich fast ein Segen, dass Bitcoin nicht schon längst auf 6-stelligen Beträgen ist. Denn wären hier nicht hunderte Millionen, sogar milliardengroße Outflows gewesen, würde der Bitcoin noch weiter steigen. Solange BlackRock, Fidelity und Co. konstant Inflows haben, haben wir ganz leichtes Spiel mit unserer Rechnung. 1,5% Nachfrage brauchen wir pro Jahr, um die Bitcoin-Inflation zu fressen und zumindest den Preis stabil zu halten. Und eine fast viel größere Bedeutung, die wirklich mit Nachweisen hier in den Märkten, gerade die Kurse nach oben stützt, ist folgendes. Was hat uns den Bärenmarkt ausgelöst? Das war hier definitiv die Zinspolitik. Geld wurde teurer. Wir haben nicht mehr dieses leichte 0% Finanzierung Thema gehabt, sondern wirklich hier ab dem Top des Bitcoin-Zyklus 69.000 Dollar bekamen wir eine straffere Geldpolitik. Die Inflation ist extrem angestiegen, die Zinsen wurden immer, immer höher und im Endeffekt hat das Ganze zu Bankenkollapsen, viele Firmenpleiten und Co. geführt. Und dieses ganze billige Geldsystem aus unserem Pyramiden-Fiat-System hat das Bitcoin sehr, sehr schwer gemacht, als Risk-On-Assets steigen zu können und wir wurden eben extrem abverkauft. Und jetzt, wo wir bereits am All-Time-High stehen, wird die Geldpolitik in die Lockerungen gehen. Wir haben nur die Ankündigungen aus den USA bekommen, dass wir dieses Jahr mehrere Zinssenkungen sehen werden. Und zack, steht schon wieder hier, House-Prices, also die Immobilienpreise steigen wieder, weil man im Endeffekt gerade alles sucht, wo man das billige Geld investieren kann, damit du den Euro-Out performst, damit du den Dollar-Out performst. Und das kann ich konservativ mit Gold machen, das kann ich mit Immobilien machen, die laufende Mieten und Einnahmen im Endeffekt generieren. Und jetzt wird im Endeffekt schon auf das billige Geld spekuliert, sofort Kredite wieder genommen, sofort in Immobilien investiert und diese kurzen Rücksätze auch in den Immobilienpreisen, werden vermutlich durch billiges Geld bald wieder aufgefressen werden und wir werden noch teurere Immobilien sehen, weil einfach das Geld aus der Druckerpresse keinen Wert hat. Und was eigentlich fast schon eine versteckte oder unbeachtete Geldquelle aktuell ist, sind auch die einzelnen Kreditkartennutzer in Amerika. Dort haben die Kreditkartennutzer wieder mal ein All-Time-High rausgedrückt, und zwar sind die Kreditkartenschulden in den USA auf über eine Trillion Dollar, also eine Billion Dollar auf europäische Standards umgerechnet. Und das ist einfach wieder auch Geld, das in den Umlauf kommt. Startschulden von 34 Billionen Dollar, 1,2 Billionen Dollar an Kreditkartenschulden. Hier wird aus allen Ecken und Enden einfach Geld aus dem Nichts erschaffen und bereits ausgegeben. Das Einzige, was zurückbleibt, sind Schuldner. Und das fördert die Inflation. Und wer hier als erstes zum Gelddrucken beginnt, um Bitcoin zu kaufen, wird wahrscheinlich dieses Rennen gewinnen. Genau weil das jetzt durch einzelne Instanzen oder auch einzelne Personen oder einzelne Firmen wie Michael Saylor und Co. passiert, könnte das ziemlich schnell zu steigenden Kursen führen. Natürlich, man muss da auch skeptisch sein, man muss sich da auf etwas vorbereiten. Es hat ja auch die Federal Reserve Bank in Atlanta gesagt, okay, vielleicht gibt es hier auch nur eine Zinssenkung, weil wir eben mit Inflation und Co. ein bisschen untertrieben haben und das Ganze vielleicht noch nicht gebändigt ist. Aber egal, was passieren will, der Staat muss Schulden nehmen, jeder muss Schulden nehmen und genau das wird uns konstant mit Bitcoin in eine Richtung bringen und das ist die Richtung nach oben. Und die Kreditkartenschulden weiterhin ein Indikator, dass einfach Geld weiterhin aus dem Nichts gedruckt wird. Und aus genau diesen genannten Gründen bin ich hier weiterhin long positioniert, wette stark darauf, dass wir steigende Kurse sehen und natürlich immer noch optimal vorbereitet auf eine Korrektur mit Limit Orders. Wenn du eben wissen willst, wie ich diese Bullrun-Position aufbaue, ich habe dazu extra ein Video gemacht, die erste Korrektur hat uns hier schon eine weitere Long-Position ausgelöst. Den Einstiegspreis von vor zwei Wochen mit 67.000 US-Dollar konnten wir jetzt schon ein bisschen runterbringen. Insgesamt drei Long-Positionen in dieser Korrektur sind entstanden. Positionsgröße knapp 22.000 Dollar. Hier noch um den Dreh herum plus minus 0, ein paar hundert Euro im Gewinn. Und das Ganze mit einem aktuellen Liquidierungspreis von 33.000 Dollar. Also ich glaube, sollten wir hier wirklich runterkommen auf 50, auf 51.000 oder auf 43.000 Dollar, dann wird hier auf jeden Fall nochmal ordentlich gekauft und recht weiter nach unten würde uns auch eine 50-Prozent-Korrektur nicht mehr bringen. Das Gute an diesem All-Time-High oder an diesem lokalen Hoch ist, dass auch die 50-Prozent-Korrektur immer weiter nach oben rutscht. Und wir hier aktuell bei 35.000 US-Dollar schon mit einer 50-Prozent-Korrektur angekommen werden. Und ich glaube nicht, dass das jetzt primär so schnell passiert, ohne größeren Black Swan Events oder sonstigen Ausfällen auf der Welt. Und da muss man sich vorstellen, es gibt Leute, die warten noch auf 20.000 oder auf 10.000 US-Dollar an Bitcoin-Preisen, was eine 60-70%-Korrektur wäre, die wir in einem Bullrun einfach nicht bekommen werden. Wenn du natürlich auch eine Börse oder eine Möglichkeit suchst, um den Bitcoin-Bullrun mitzutraden, empfehle ich dir hier oben die BitGet-Börse. Das ist wirklich die 1 zu 1 beste Börse, die ich seit zwei Jahren grob nutze, wo es gerade auch 0% Gebühren gibt. Wenn du Bitcoin und Ethereum handeln möchtest im Spot-Bereich, also ohne Hebel, nur kaufen und verkaufen, ist gerade gebührenfrei auf BitGet. Das zahlt sich natürlich aus. Und wenn die Gebühren wieder erhoben werden, das sind auch sehr geringe Gebühren, bekommst du mit meinem Link in der Videobeschreibung nochmal 20% Rabatt. Also unbedingt dort einen Account machen, schon alleine, weil es bis zu 8.000 Dollar Einzahlungsbonus gibt. Und du hast dann Lifetime lebenslang den höchstmöglichen Rabatt von eben 20% auf alle Gebühren. Und dazu findest du auch auf der Startseite von unserem YouTube-Kanal hier ganz oben die Crypto-Trading-Playliste. Hier hast du ein BitGet-Tutorial, hier hast du meine Bitcoin-Hebelstrategie und alle Infos, die du im Endeffekt zum Start von einem BitGet-Konto brauchst, auch wieder ein kostenloses Demo-Konto erstellen kannst und Co. erkläre ich dir in dieser gesamten Playlist. Das zahlt sich auf jeden Fall aus anzusehen. Ich denke, wir werden in 2-3-4 Monaten auf diese Bitcoin-Kurse zurücksehen, vielleicht auch dieses Video hier nochmal sehen und uns denken, das wäre auf jeden Fall ein guter Einstieg gewesen. Die Fakten, die liegen für mich ganz klar auf dem Tisch. Eine Inflation von unter 1,5% bei Bitcoin wird auf jeden Fall von der Nachfrage meiner Meinung nach gut gefressen werden. Und um ganz kurz einen Blick in die Charts zu werfen, schauen wir uns einfach mal die Daily EMA-Ribbons an. Das ist wirklich so ein Faktor, wo wir auf den Weekly EMA-Ribbons, das sind einfach so durchschnittliche, gleitende Durchschnitte, die im Chart immer angelegt werden und wir konnten hier fast wirklich perfekt aufgrund dieser EMA-Ribbons mit großer Sicherheit wirklich sagen, okay, wir haben hier großen Support gefunden, wir sind über den Weekly EMA-Ribbons, ein bullischer Flip ist hier passiert, long, long, long Positionen eröffnet und im Bullrun trifft man meistens nicht einmal mehr auf diese Weekly EMA-Ribbons zurück. Also hier wird ordentlich aufgekauft. Auf dem Tageschart sind diese EMA-Ribbons im Bullrun ebenfalls immer ein sehr, sehr großer Support gewesen. Wir sind einmal drüber, haben vielleicht etwas kurze Korrekturen darunter gesehen und sobald man hier wirklich auf dieser Welle reitet, auf den EMA-Ribbons nach oben reitet, dann ist das wirklich über den gesamten Bullrun immenser Support und dann, wenn man hier einen Flip bekommt, wenn man dann nach unten durchbricht und eine Kerze schließt, kann man vielleicht sogar auf einen Start eines Bärenmarktes oder Korrektur tippen. Das ist auf jeden Fall unter dem All-Time-High von 2022 für mich noch nicht relevant. Wir sehen aber auch hier definitiv, Support ist gegeben. Eben in diesen EMA-Ribbons zu longen, nachzukaufen, wird wahrscheinlich wieder extrem günstig aussehen, wenn es in der Zukunft einen Kursverlauf von abgeschätzt und einfach mal Hausnummer so eingetragen, hier wirklich die letztmögliche Korrektur war. Das natürlich noch vor dem Harbing, wo dieser enorme Supply-Schock noch einmal verstärkt wird. Dementsprechend hier vermutlich wieder Support gefunden. Und das ist natürlich auch noch extrem gut für manche Altcoins, wo wir hier wirklich gestern mal ein paar All-Time-Highs Shoutouten konnten. Stacks auf All-Time-High getraded, Pendle-Traded auf All-Time-High, Toshi auf All-Time-High-Kursen. Und das wirklich bei vielen Altcoins quer durch die Bank. Wenn du wirklich meine 1 zu 1 Einstiege und natürlich auch Take Profits haben willst, kannst du gerne in unsere Inner Circle Gruppe beitreten. Dort kannst du dir alle Infos mit dem zweiten Link in der Videobeschreibung und im obersten Kommentar angepinnt ansehen. Das ist auf jeden Fall wirklich eine exklusivere Telegram-Gruppe, die bis zum Bitcoin-Having jetzt den halben Preis zum Einstieg haben wird. Natürlich auch eine Geld-zurück-Garantie, wenn dir das überhaupt nicht gefällt. Krypto-Bezahlung und da bist du wirklich 1 zu 1 in unserer Inner Circle Gruppe mit drin. Da empfehle ich dir wirklich das Investment in dich selber, in deine Ausbildung sozusagen, damit du hier wirklich viel Wissen aneignen kannst. Und du kannst mir natürlich dort auch jede Frage persönlich stellen. Dementsprechend freue ich mich natürlich auf die Bitcoin-Kursentwicklung. Das Harbing steht an, das normalerweise wirklich ein Geschenk ist, wenn du es miterlebst und vorher schon investiert bist. Ich denke, die Aussichten werden durchaus positiv sein auf die nächsten 3 bis 6 Monate. Dann wird sich zeigen, wo der Top des Bitcoin-Bulllands zu finden ist. Ob der früher kommt, ob er später kommt, ich bin mir sicher, es wird auf jeden Fall eine extrem wilde Zeit. Lass gerne einen Kommentar unter diesem Video, falls du irgendwelche Fragen hast, offen sind oder sonst kommst du gerne in unsere kostenlose Telegram-Gruppe. Die ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ich wünsche euch auf jeden Fall bis zum nächsten Video die maximalen Profite mit euren Investments. Wir sehen und hören uns. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.